Christian Ronaldo, was sagen Sie zu Messi? Ja, der Messi ist ein bisschen ein Hurensohn. Wie bitte? Ein Hurensohn. Huren, sich? Hurensohn. Warum? Also, ich finde das ein bisschen... Er ist so klein und so winzig. Er ist Herr der Ringe 4, so Frodo-Comeback-mäßig, weißt du? Aber ich bin immer der Coolste. Ist meine Mutter auch ein Hurensohn? Ja, ein Hurensohn. Ja, ciao.